Das ist genau der große Bullshit. Das ist genau der große Fehler. Also wie lange kann dein Unternehmen ohne Umsatz überleben? Hör auf, mit Finanzen so rumzuspielen und mach es bitte ordentlich. Also auch da entwickle dich bitte weiter. Und alleine mit dieser Basic-Information, die ich dir jetzt gegeben habe, wirst du schon unendlich viel auf die Kette bringen. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Emolution-Podcast-Folge. Mein Name ist Heinz Bosbach und ich grüße euch da draußen. Ja, heute wieder ein spannendes Thema. Ich kriege immer wieder die Frage gestellt, Thema Finanzen, Finanzmanagement. Als Immobilienmakler, wie gehe ich denn da eigentlich vor oder auch generell als Unternehmer? Was sind denn so die wichtigsten Grundlagen? Gibt es da irgendwelche Hacks, irgendwelche Besonderheiten? Worauf muss ich achten? Darüber wollen wir heute in dieser Podcast-Folge sprechen. Und hier gibt es auch schon direkt eine gute Botschaft, nämlich es ist einfacher als du denkst. Und zwar, jetzt könnte man sagen, ja da kommt auch jeder selber drauf. Ist aber nicht so ganz einfach. Ich fange mal vorne an. Der allererste wichtigste Punkt der Finanzabteilung, also deiner Abteilung für Finanzen. Ob du jetzt Solopreneur bist oder ob du schon ein großes Unternehmen hast, spielt eigentlich gar keine Rolle. Der Punkt ist, es ist ein Bereich für sich. Also in dem Moment, wo du Akquise, Einkauf und Verkauf in deinem Unternehmen machst, also Umsätze tätigst, Geld einnimmst, geht es nicht mehr nur um Akquise, Einkauf und Verkauf, sondern geht es auch automatisch um das Thema Finanzen, um das Thema Geld, um das Thema Buchhaltung, Belege, Sortierung, Übersicht, Tabellen und all diese ganzen Dinge. Und die schönste Situation, die man doch haben kann, ist, dass dein Konto überläuft und du ein zweites brauchst, weil das erste überläuft. Oder? Das wäre doch eine coole Situation. Und genau da wollen wir auch hin. Und der erste wichtigste Punkt ist, du musst mehr einnehmen, als du ausgibst. Jetzt wirst du vielleicht lachen oder schmunzeln und sagen, ja, das wusstest du auch selber. Aber jetzt kommt der Ansatz hierbei. Schau, du als Immobilienmakler verkaufst jetzt in einem Monat drei Immobilien. Und du bist in einer Region, wo du einen schönen Umsatz pro verkaufte Immobilie hast. Sagen wir mal 30.000 Euro oder 25.000, um es einfacher zu machen. Das heißt, du hast 75.000 Euro Einnahme. Was machen denn jetzt die meisten? Die meisten gehen hin und sagen, oh, das ist ja richtig sexy. Ich habe 75.000 Euro in dem Monat gemacht. Jetzt kann ich erst mal entspannen. Und genau da liegt auch schon der Hase im Pfeffer, weil die meisten planen nämlich jetzt schon, anstatt zu überlegen, wie kriege ich den Umsatz im nächsten Monat auch wieder hin. Thema Outflow. Verweis auf ein anderes YouTube-Video. Also anstatt Gas zu geben und weiterzumachen. Denn wenn du jetzt zum Beispiel 20.000 Euro Kosten hast im Monat oder 10 oder 15, eigentlich wurscht, dann hast du in dem Monat, wenn du 20.000 Euro Kosten hast und 75.000 Euro Umsatz gemacht hast, 55.000 Euro Ertrag. Aber in dem Monat und nicht über Monate, sondern nur in diesem einen Monat hast du diesen Mehrertrag, also diesen Mehrerlös von 55.000. Tu die Kohle auf die Seite, leg sie direkt auf die Rücklage, am besten versteck sie vor dir selber, damit du gar nicht erst in die Versuchung kommst, dieses Geld auszugeben. Oder geschweige denn, jetzt kommt nämlich ein Kardinalfehler, den die meisten machen, toller Umsatz gemacht. Oh, was kann ich denn jetzt tun? Wie kann ich denn irgendwie das Geld unter die Leute werfen? Oder wie kann ich direkt meinen nächsten Urlaub? Weil ich bin ja so gestresst. Ich muss jetzt ja wieder Urlaub machen. Also die denken eher an das Geld ausgeben, als ans Geld behalten. Und da ja der nächste Monat wieder die 20 kommt, denken auch die meisten, ah, boah, 75.000 Euro Umsatz habe ich jetzt gemacht. Ah, das heißt jetzt drei Monate, ah, 20.000, 60.000, dann habe ich in drei Monaten immer noch 15.000 Euro übrig. Und das ist genau der große Bullshit. Das ist genau der große Fehler. Du musst an der Stelle im nächsten Monat genau wieder 21.000 Euro verdienen, also 1.000 mehr als deine 20.000 Kosten, damit du nicht in die Scheiße reinläufst. Das ist das, was man verstehen muss. Ja, und nicht, ich mache in einem Monat viel Umsatz, habe dann drei Monate die Kosten gedeckt. So rechnet keiner, der richtig Vollgas geben will und der am Ende des Tages sozusagen auf der Gewinnerseite stehen will. Okay, das ist schon mal, das musst du als erstes checken. Zweiter Checkerpoint ist, dass du dir mal Gedanken darüber machen solltest, in was und in wen du im Prinzip investieren willst. Denn wenn du diese 75, bleiben wir jetzt mal bei diesem Beispiel, diese 75.000 Euro Umsatz machst, dann solltest du also den Teil, sagen wir jetzt mal 20.000, das sind deine Kosten, die Mehrwertsteuer schon mal direkt weglegen. Und wenn dann die Umsatzsteuervoranmeldung zur Zahlung fällig ist, sie trotzdem idealerweise aus deinem laufenden Umsatz bezahlen, sodass du die Rücklage gar nicht anpacken musst. Ich hoffe, du kannst mir noch folgen, weil dann wirst du wirklich immer mehr Rücklagen aufbauen und die Überlebensfähigkeit deines Unternehmens erhöhen. Also wie lange kann dein Unternehmen ohne Umsatz überleben? Hier geht es gar nicht um die Frage, dass du keinen Umsatz machst, sondern das macht dich erstens krisensicher. Zweitens, das baut unendlich dein Selbstvertrauen auf, dein Selbstbewusstsein, dein Selbstvertrauen, sich seiner selbst bewusst zu sein und sich selbst zu vertrauen. Und das gibt dir erst mal die richtige Power und da musst du hin, die richtige Power. Und wenn du schon mal in so einer Situation von, wir nennen es mal Überfluss bist, dann heißt das eben, dieses Geld nicht auszugeben. Dann heißt es vor allen Dingen hinzuschauen, was hast du in dem Monat richtig cool gemacht oder schau besser noch die Monate davor, was hast du da richtig gemacht, was zu dem Ergebnis in diesem Monat geführt hat, weil das musst du wiederholen und das darfst du auf keinen Fall unterbrechen. Und du würdest es unterbrechen, wenn du dich auf diesen 75.000 gemachten Umsatz ausruhen würdest und mal einfach mal schön drei Wochen nach Bali fliegst, weil das ja jetzt gerade geil ist und ja alle so kaputt und müde sind und Urlaub brauchen. Okay, hast du verstanden? Also was und in wen solltest du investieren? Denn diesen Mehrerlös, der muss zu einem Teil auf jeden Fall in dein Unternehmen zurück und zwar in Form von Outflow im Sinne von Marketing und Werbemaßnahmen, damit du deine Maschine, deine Ölquellen richtig auf Feuer bringst und da richtig die Post abgeht. Das ist sehr, sehr wichtig und da muss richtig Attacke drauf. Also du investierst in die Firma, denn wenn du mal schaust, wie viel Rendite wirst du bei einem Investment in deine Firma am Ende des Tages machen, wenn du das gut machst, hast du locker 20 bis 30 Prozent, wenn nicht sogar mehr Umsatzrendite, also Rendite auf dein eingesetztes Kapital in deinem Unternehmen und erkläre mir oder zeige mir bitte mal ein Investment, was cooler ist, als das in deinem Unternehmen. Es gibt übrigens noch eine coole Botschaft, denn welches Investment hast du mehr in der Hand als deine eigene Firma? Keins. Kaufst du Aktien, bist du abhängig vom Kurs der Firma, der börsennotierten Firma, kaufst du Immobilien, brauchst du und bitte tu mir einen Gefallen, hört bitte auf, mir irgendwelche Storys zu erzählen, dass das ja alles gar kein Problem ist, in Immobilien zu investieren, passives Einkommen. Hey, du musst für alles arbeiten, du musst Objekte recherchieren, du musst überhaupt erst mal Besichtigungen machen, du brauchst eine Hausverwaltung, wenn du Mehrfamilienhäuser kaufst. Das sind alles Unternehmen für sich. Wenn du Einzelkämpfer bist, hast du für so eine Scheiße überhaupt keine Zeit. Ich sage nicht, dass Immobilien schlecht sind. Ja, um Gottes Willen, wir sind ja in der Immobilienbranche, also ist das natürlich nicht schlecht, aber der Punkt ist, wenn du Einzelkämpfer bist, dann hast du keine Zeit dafür, dann hast du dich um dein Unternehmen zu kümmern. Punkt, aus, Ende. Dein Unternehmen muss wachsen, du brauchst Mitarbeiter, dass du endlich mal Unternehmer wirst und nicht Solopreneur wirst und dann hast du keine Zeit, dich noch mit anderen Investments abzugeben, weil damit würdest du deine Zeit wieder zerteilen und damit zerschießt du dein Business. Also ich kann dir sagen, dein Business wird sich analog deiner Aufmerksamkeit entwickeln. Also wirst du hingehen und teilst deine Aufmerksamkeit durch irgendwelche anderen Schrott-Investments, die du gerade machen willst, dann wird dein Unternehmen nicht mehr so florieren wie vorher, wenn du dem Unternehmen die volle Aufmerksamkeit schenkst. Das musst du wirklich verstehen. Also deine Aufmerksamkeit und dein Kapital gehört in deine Firma rein, bis die vernünftig läuft. Hat übrigens noch einen kleinen, coolen, nicht nur kleinen, sondern großen Nebeneffekt. Wenn du nämlich anfängst, in dein Unternehmen zu investieren und vor allen Dingen in dich selber, in dein Wissen kompetenter zu werden, deine Fähigkeiten auszubauen, das kostet Geld. Schau mal, die YouTube-Videos, meinst du, ich erzähle dir hier den kompletten Real-Shit? Du kriegst ein Teil und das bei allen anderen auch. Bei allen anderen kriegst du natürlich cooles Wissen, um anzuteasern, aber den deepen Shit, den kriegst du nur, wenn du Geld auf den Tisch legst. Das musst du in deine Birne kriegen, weil dann hast du die krassen Entwicklungen. Dann kriegst du die coolen Hacks, die krassen Hacks, die Unternehmer-Hacks, die Hacks für siebenstelliges Business. Und nicht das, sorry, dass ich das mal so krass sagen will, das Fußvolk-Know-how. Das macht einfach keinen Sinn. Also dafür musst du Geld haben, um am Ende des Tages weiterzukommen. Also brauchst du dieses Geld, um sauber und cool zu investieren. Dann brauchst du natürlich einen vernünftigen Steuerberater logischerweise. Und auch hier, wenn du einen bestimmten Umsatz machst, in einer bestimmten Größenordnung bist und da fängt die Musik erst wirklich an, ordentlich klar und deutlich zu spielen, eben ab siebenstelligen Jahresumsätzen. Dann hast du auch ganz andere Möglichkeiten, ob das GmbH ist, ob das Holding-Strukturen ist und was es da sonst noch alles für mit Sicherheit tollen, coolen Shit gibt. Aber dafür brauchst du auch Ressourcen. Und Ressourcen ist einmal Geld, aber auch eine Ressource ist Zeit. Die Zeit hast du aber nicht, wenn du als Einzelkämpfer da am struggeln bist. Macht überhaupt keinen Sinn. Also, was brauchst du? Weitere Ressourcen. Du musst dir Zeit kaufen, indem du in Mitarbeiter investierst. Und damit bringst du dein Schwungrad, das Schwungrad erstmal deines Unternehmens und damit auch deiner Finanzen, richtig in die Gänge. Und bitte, als Makler verdienst du nur mit einer einzigen Sache Geld. Nämlich wenn du zum Notar gehst, eine Rechnung schreiben kannst und das Geld zu dieser Rechnung auf dein Konto bekommst. Und hiermit sind wir bei einem nächsten kleinen wesentlichen Tipp. Schau, wenn du eine Leistung bringst, dann darfst du auch einen Austausch erwarten. Der Austausch ist Geld. Also Dienstleistung gegen Geld. Und wenn du dann wiederum auf der anderen Seite solche faulen, wirklich beknackten Deals machst, dass du drei Monate für den Verkauf einer Immobilie arbeitest und dann nochmal drei bis sechs Monate warten musst, weil der Verkäufer keine Kohle hat, um am Ende des Tages dir nach der Beurkundung auch die Rechnung zu bezahlen, sondern erstmal, wenn die Übergabe erfolgt, also drei bis sechs Monate später, dann hast du immer ein Liquiditätsloch von drei bis sechs Monaten. Und das liegt nur an einer Tatsache, dass du nicht weißt, wie es besser geht. Du weißt nicht wie. Und glaub mir eins, da draußen laufen 20, 25 Jahre erfahrene Immobilienmakler rum, die das bis heute noch nicht wissen, wie das geht. Und dann kommt noch das schlechte Gewissen dazu. Als Makler darf man ja nicht viel Geld verdienen. Man muss halt alles das machen, damit man überhaupt seine Kohle bekommt. Bullshit. Du hast kein System und du hast keinen klaren Weg, wie du das hinbekommst. Bei mir bekommst du den, ich verrate es dir, wie es geht. Es ist nämlich ganz einfach. Man muss aber nur ein bisschen an seinem Mindset, an seinem Kopf arbeiten und man muss den richtigen Weg wissen, wie das am Ende des Tages geht, damit das wirklich funktioniert. Also bekommst du auch schneller dein Geld. Schneller Geld heißt auf der anderen Seite wieder stabilere Finanzsituationen. Jetzt kommt der nächste Punkt, ist, dass du eben wirklich jeden Monat profitabel sein musst. Weil wenn du dann mal einen Monat hast, wo es dann nicht ganz klappt, ey, okay, dann ist das in Ordnung. Aber wenn du einen Monat viel Umsatz machst und dann drei Monate keinen Umsatz, dann bist du eben drei Monate nicht profitabel. Auch wenn du auf deiner BWA am Ende des Jahres vielleicht einen kleinen Gewinn ausweisen kannst. Aber das ist der Mindshift, den du hier oben im Kopf machen musst. Weil wenn du das jeden Monat für sich betrachtest und es das nicht zulässt, einen einzigen Monat defizitär zu sein, dann kommt richtig Power in deine Bude rein. Weil dann wirst du auch merken, dass das Ganze vom Hobbymakler, vom Küchentischmakler zum wirklich professionellen Experte, dann bist du ein Experte und wirst dich zum Unternehmer auf einem ganz anderen Niveau entwickeln. Also erste Botschaft, hör auf, mit Finanzen so rumzuspielen und mach es bitte ordentlich. Also auch da entwickle dich bitte weiter. Und alleine mit dieser Basic-Information, die ich dir jetzt gegeben habe, wirst du schon unendlich viel auf die Kette bringen. Weil lieber du hast ein volles Konto, und das meine ich wirklich ernst, lieber ein volles Konto und lass dir nicht so ein Cyber ins Ohr labern mit, keine Ahnung was, Inflation und du musst Geld anlegen. Klar, die wollen doch alle um dich herum verkaufen. Sie wollen alle dein Geld. Sorg erstmal dafür, dass du dein Geld behältst, dass du auf sicheren Beinen stehst und dass du extrem cooles Zeug machen kannst. Das ist der Fokus Number One für dich. Und nichts anderes. Bis deine Bude steht und richtig brennt und richtig abgeht wie eine Rakete, dann hast du viel mehr Power, hast wirklich maximale Energie und dann kannst du immer noch coole Investments tätigen. Nur mit einem Unterschied. Dann laufen sie dir hinterher. Dann läuft die Bank dir hinterher und will dir das Geld hinterher werfen und du musst nicht da den, Entschuldigung, sorry, den Hintern lecken, damit du mal ein paar tausend Euro kriegst oder eine Finanzierung bekommst und immer rumtricksen und immer rumdribbeln, sondern da bist du in der Ursache-Position. Du bist der absolute Superwoman und Superman, der entscheiden kann, wo die Reise hingeht. Und deshalb musst du jetzt einmal deinen Scheiß in Ordnung bringen und das richtig cool machen, damit du aufs nächste Level kommst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, hier den Kanal zu abonnieren. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, mach ein Like auf dieses Video. Punkt Nummer drei, in der Infobox kannst du, wenn du mehr richtig klare Ansagen haben willst, klare Strukturen haben willst, ein wirklich klares System in deinem Unternehmen haben willst, dann bist du bei mir genau richtig. Weil eine Sache kann ich dir sagen, ich bin in jeden Scheißhaufen getreten, in den man treten kann. Ich habe blutige Hände von meinen ganzen Fehlern, von meinen ganzen Bremsen, die ich auf den Händen gemacht habe. Und ich glaube wirklich dir genau die Tipps, oder ich bin überzeugt, dir die Tipps geben zu können, damit du diese Fehler in der Zukunft nicht machen musst. Also lerne hier an der Stelle von Leuten, die es schon mal erlebt haben und wissen, wie es geht. Und deshalb buch jetzt, wirklich, ich meine es ernst, Buch jetzt dein kostenfreies Beratungsgespräch, damit wir dir wirklich helfen können und dir den Weg zeigen können, wie du aufs nächste Level kommst. Und folge uns natürlich auf den sozialen Medien, Facebook, Instagram, TikTok und wo auch immer du mich findest. Und ich freue mich auf dich auf jeden Fall. In diesem Sinne wünsche dir alles Gute. Bis dahin. Ich freue mich auf jeden Fall.